Hi und herzlich willkommen zu unserem Drop-Serien-Talk, unser heutiger Review von Space Force. Space Force ist eine Netflix-Serie, die von Greg Daniels gemacht wurde und der ist ja bekannt für King of the Hill, The Office und Parks and Recreation. All die Serien hat er ins Leben gerufen und das sind ja Grundfeste der amerikanischen TV-Landschaft und die sind auch unglaublich gut. Parks and Recreation einer meiner Lieblingsserien und da merkt man auch bei Space Force, wo das Ganze herkommt. Die Serie dreht sich um Steve Carells Charakter Mark Arnert, der ein Air Force-General ist, der befördert wird vom Präsidenten, der auf jeden Fall sehr viel Ähnlichkeit mit Trump hat, sei es seine Social-Media-Tiraden oder sei es seine Art und Weise mit Leuten umzugehen und das, was er möchte und so weiter fort und wir haben auch ein bisschen Anspielungen auf seine Frau, die die, sag ich mal, so fashionbewusst ist beziehungsweise nicht so gibt und die Space Force Uniform an einem gewissen Punkt designt hat und auch die durchsetzen möchte. Und die Serie ist wirklich gut gelungen und sie zeigt halt den General bei der Space Force und wo es darum gehen soll, halt den, sag ich mal, den Weltraum zu sichern und zu beschützen und so weiter und so fort. Und wir haben in den ersten Episoden schon ziemlich viel, ziemlich viele Charakter, die dort auftreten und auftreten und ziemlich viele Anspielungen auf die reale Welt, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe gerade mit President Trump und natürlich auch Ben Schwarz-Charakter, der einen, ich weiß ja seinen Namen gerade nicht, Fuck Tony heißt er glaube ich oder irgendwie sowas in der Art, der spielt halt wie gesagt so eine Art Communication Director, der wiederum dafür sorgen soll, dass natürlich die Social-Media-Plattformen gut bestückt sind oder beziehungsweise gut austariert sind, dass da halt die Space Force für einen guten Job macht. Und das ist halt so ein bisschen auch angelehnt an Anthony Scaramucci, der das Ganze für, oder diese Rolle für das Weiße Haus übernommen hat. Vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr wann es war, aber der hat den Job ja nicht lang gemacht und wurde dann sofort rausgeschmissen und ja, dann war das halt wie es ist. Weiterhin haben wir sehr politische Anspielungen mit Charakteren, die wirken wie Alexandra Ocosia-Cortez oder Speaker of the House Nancy Pelosi. All solche Ähnlichkeiten sind da sehr, sehr dicht dran und das ist wirklich gut gelungen und gibt dem Ganzen eine gewisse Realität, die dann aber wie gesagt von den ersten Folgen so ein bisschen das Ganze verlässt und dann mehr in diese fiktionale Sache geht und mehr in den Weltraum beziehungsweise die What-If-Situation so ein bisschen darstellt und das ist wirklich sehr gut gelungen. An Steve Carells Seite haben wir dann John Malkovich, der spielt einen Scientist, Dr. Adrian Mallory und der ist wirklich, also John Malkovich macht das wirklich sehr gut und die beiden sind auch wirklich schöne Gegenpole, die so ein bisschen gegeneinander antreten, sich nicht mögen, aber trotzdem eine gewisse Freundschaft haben und immer mehr über die Folgen hinweg zusammenwachsen und das ist wirklich echt schön zu sehen und ich habe mich da wirklich sehr, sehr gut amüsiert bei den beiden, weil die beiden spielen wirklich fantastisch. Weiterhin kann man noch ein paar Parallelen zu dem Film Dr. Strangelove aus den, oh Ende der 40er, nee das kann nicht sein, Ende der 60er glaube ich war es oder sowas, ich meine Ende der 50er, Anfang der 60er so in dem Dreh. Unglaublich guter Film auf jeden Fall und da gibt es natürlich viele Parallelen zwischen der Space Force und vor allem die Satire, die die Space Force darstellt. Man könnte ja denken bei dem ganzen, bei Steve Carell und seiner Karriere in Bezug auf Serien, dass da natürlich viel Comedy im Mittelpunkt steht, aber ich habe da auch mehr erwartet, muss ich sagen, das war so meine Erwartungshaltung, wie ich herangegangen bin, aber ich wurde durch etwas anderes Schönes überrascht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Steve Carell in dieser ernsten Rolle, beziehungsweise nicht ernsten Rolle, aber satirischen Rolle zu sehen und nicht da die ganze Zeit zu sitzen und laut zu lachen über die Witze, die Schlag auf Schlag kommen. Und ein paar Witze kommen auf jeden Fall und die landen auch, also Laugh-out-Loud-Witze und Ben Schwartz ist da zum Beispiel, hat da sehr gute, sehr gute Lines, die auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gelungen sind. Ja und das Ganze nimmt dann so seinen Lauf und wir haben noch eine weitere Grundfeste neben der Beziehung zwischen John Malkovich und Steve Carells Charakter und zwar zwischen Steve Carell und seiner Filmtochter dann Erin, die von Deanna Silvers gespielt wird. Und diese Beziehung, die sie haben, weil die Mutter im Gefängnis sitzt, was man auch leider nicht erfährt, was es ist, weil das ist auch ein bisschen, habe ich so ein Gefühl, so eine Anspielung auf den Strangler-Dude von The Office, wo man auch nie wirklich weiß, was mit dem ist und wer das ist und so weiter und so fort und das ist wirklich so eine Art Mystery, das vielleicht in der zweiten Staffel dann ja gelöst wird. Weiterhin haben wir Tandy Newsom, die eine Pilotin spielt, die eine aufstrebende Karriere in der Space Force macht und auch wirklich sehr gut da reinpasst und Jimmy O. Yang, den man ja aus Silicon Valley kennt, der ist auch so ein bisschen so eine Art überqualifizierter Wissenschaftler, der hier zeigt, also auch seinen Missmut zeigt gegenüber den Leuten, die über ihm stehen, wenn das Ganze nicht so richtig ist, wie es eigentlich sein soll. Die Serie im Ganzen ist auch wirklich sehr schön handwerklich gemacht. Man merkt halt den Unterschied zwischen den ersten Serien oder beziehungsweise den bekannten Serien von Greg Daniels, The Office und Parks and Recreation, die einen ganz anderen Stil haben und hier kommt es auch dazu, dass dann, oder beziehungsweise wahrscheinlich sind auch die Regisseure da oder Regisseurinnen dafür verantwortlich, dass dieser Stil so ein bisschen anders ist, beziehungsweise mehr cinematografischer ist oder also mehr Kino-Stil haben. Weil Paul King, der für Paddington bekannt ist oder Dee Rees, die, ich glaube es ist eine Frau nämlich, die für die Mudbound gemacht hat, die geben dem Ganzen wirklich einen sehr schönen visuellen Style und das wird Ganze mit dem abgerundet mit dem Score von Carter Burwell, der auch Oscar nominiert war. Und das ist wirklich, da unterscheiden sich die Serien wirklich sehr von dieser Qualität her und das ist sehr angenehm zu sehen und es war wirklich, wirklich schön gemacht und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, das ist nicht so laugh out loud funny, diese ganze Serie, aber sie gibt dem Ganzen einen schönen Style und diese Beziehung zwischen Nate und Mallory und ein bisschen auch The Office, Jim und Pam und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Die zehn Episoden vergegen sehr schnell und wie gesagt, die Serie wird besser, also gebt dem Ganzen eine Chance. Ich fand wie gesagt die, sag ich mal, die zwei Drittel, also die zwei Drittel nach dem ersten Drittel der Episoden fand ich wesentlich besser als die ersten paar und das hat die Serie auf jeden Fall nach oben gezogen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht und freue mich auf die nächste Staffel. Daher meine Bewertung, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, acht von zehn Punkten. Es lohnt sich wirklich dort reinzugucken, nehmt euch die Zeit, es ist unterhaltsam, es hat satirischen Charakter und hat auch auf jeden Fall einige Jokes, die landen und euch bestimmt sehr gut unterhalten werden. Lasst es mich wissen, was euer Lieblingsmoment in der Serie war, was euch gut gefallen hat, was vielleicht euch nicht so gut gefallen hat, ob ihr anderer Meinung seid als ich, in den Kommentaren. Macht's gut! Macht's gut!